Hallo, ich bin's wieder, Hendrik Balani aus der UOKO Anwendungslechnung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten AVT-TÜV. Nachdem wir uns im letzten Video angeschaut haben, wie die Sprache an der Winmax-Steuerung umgestellt wird, werden wir uns heute mit der Thematik Schriftarten hinzufügen beschäftigen. Diese Vorgehensweise können Sie dann nutzen, wenn Sie zum Beispiel von einem Kunden eine bestimmte Schriftart zum Gravieren Ihrer Bauteile vorgegeben bekommen. Oder wenn Sie einfach ein Bauteil mit einem bestimmten Schriftzug bestücken wollen. Dann müssen Sie nicht zwangsläufig auf ein CAM-Programm oder auf eine DXF-Software umsteigen, sondern können weiter die Standard-Winmax-Grav-Nut-Zyklen nutzen. Zunächst benötigen Sie aber immer eine sogenannte Font-Datei auf einem USB-Stick. Diese Font-Datei zeigt der Maschine oder einem PC, wie die Maschine oder der PC die Schriftart auszuführen hat. Im Internet gibt es unzählige Seiten, auf denen Sie solche Dateien kostenfrei herunterladen können. Oder Sie kriegen sie eben von Ihrem Kunden gestellt. Wenn Sie eine Datei haben, ziehen Sie diese einfach auf den USB-Stick und gehen damit an die Maschine. Prinzipiell ist die Installation einer neuen Schriftart in der Winmax-Schreuerung wirklich kinderleicht. Stecken Sie hierfür den USB-Stick mit der entsprechenden Font-Datei einfach in einen der beiden USB-Ports an der Konsole. Um die Schriftarten zu installieren, müssen wir jetzt in die sogenannte Shell wechseln. In diese Oberfläche gelangen Sie über die Hurko-Taste auf der Konsole. Wenn Sie diese Taste gedrückt haben, erscheinen links und rechts jeweils ein grüner Pfeil mit weiteren Funktionen der Winmax-Steuerung. Die für uns interessante Funktion verbirgt sich hinter dem rechten Pfeil unter dem Soft-Key User Apps. Dort haben wir nämlich hier den Soft-Key Install New Font. Hier können wir jetzt einfach noch über den Soft-Key Browse von unserem USB-Stick unsere entsprechende TTF, also Font-Datei, auswählen. Und anschließend in das entsprechende Fenster öffnen. Über den Soft-Key Install Font können Sie die gewünschte Schriftart jetzt einfach auf der Maschine installieren. Dieses Fenster können Sie nun über das rote X in der Ecke schließen und anschließend über die linke Shell und den Soft-Key Return to Winmax auf die Hauptoberfläche zurückkehren. Wenn Sie die Maschine nun einmal neu gestartet haben, können Sie die installierte Schriftart nutzen. Sie können die Schriftart sowohl im True-Type-Schriftzeichen fräsen als auch auf der Mantelfläche nutzen. Dafür haben Sie die Möglichkeit im Dialogfeld Text nun den Soft-Key F3 Neue Schriftart auswählen, zu selektieren und anschließend als Font Ihre installierte Datei, in unserem Fall die Schriftart Schick-Klicks, auszuwählen und über die Taste OK zu bestätigen. Nun steht im Dialogfeld Schrift Ihre ausgewählte Schriftart. Das war AWT-Tutorial Nummer 2. Wir hoffen, es war wieder hilfreich für Sie und Sie können Ihre Kundenbauteile nun noch produktiver fertigen. Besuchen Sie uns doch einfach mal auf unserer Webseite www.hoco.de. Wenn Sie anwendungstechnische Fragen haben, können Sie diese natürlich jederzeit an unsere E-Mail-Adresse awt.hoco.de stellen. Alle wichtigen Infos sind auch noch mal in der Beschreibung dieses Videos zusammengepasst. Vielen Dank wieder für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viele Grüße aus der AWT. Bis dahin, viele Grüße aus der AWT.